Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen 5M Tutorial. Heute möchte ich euch ein Skript vorstellen, womit eure Polizeioffiziere oder auch normale Spieler, je nachdem wie ihr das einstellt, Nagelbänder bekommt. Wie das Ganze aussieht, zeigt euch jetzt gleich und wie ihr das installiert auch. Also jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Wir gehen hier auf den Server. Ich habe hier NPCs an, auch um das zu zeigen. Wir gehen mal kurz auf die Straße. Wir haben jetzt dieses Item hier, was ihr natürlich auch unbedingt könnt. Da komme ich gleich zu. Spike Trips. Drücken wir einmal auf Enter. Drücken auf Benutzen. Dann rollt ihr hier die Nagelbänder aus. Dann können wir weggehen. Ja, ja. So und. Bam. Reifen platt. Warte mal, bis da einer schneller drüber fährt. Okay, der fährt daneben. Und der fährt da drüber, fährt da drüber. Aber die fahren hier leider nicht schnell genug, damit das eine Auszeugung hat. Aber ihr seht, was das Skript macht natürlich. Ihr kriegt hier die Reifen kaputt. Und wir können das auch wieder wegnehmen. Zack, gehen wir einmal hin. Drücken E. Weg ist das. Wir können es jetzt auch wieder hinlegen. Wir gehen mal auf die andere Straßenseite. Da steht zwar auch ein Polizeioffizier. Wir gehen mal hier hin. F5. Inventar. Und ich habe das Item nicht mehr. Machen wir mal kurz so. Zack, haben wir wieder bekommen. Inventar. Spike Trips. Benutzen. Let's go. Habe ich natürlich jetzt ein bisschen schief ausgerollt. Aber egal, wir gehen weg. Ah, da kommt einer. Let's go. Boom. So soll das dann aussehen. Also, das kann eure Polizei dann benutzen oder auch Spieler, je nachdem wie das einstellt. Wie ihr das Ganze jetzt einstellt und installiert, kommen wir jetzt zu. Also, wir landen das Ganze runter. Dann habt ihr diesen Ordner hier. Den fügt ihr in euren Resource-Folder auf euren Server ein. Geht in eure Server-ZFG. Macht dort eine neue Zeile und gebt dort ein Start-Leerzeichen und dann den Namen des Ordners. Als nächstes, damit ihr das Item auch bekommt, müsst ihr die ESX.SQL in eure Datenbank importieren. Die öffnen wir einmal kurz mit Notepad++. Und dann könnt ihr dann direkt hier, gibt's da Nabel, Label, Wait, Label. Das könnt ihr dann auf Deutsch übersetzen. Dann könnt ihr zum Beispiel Nagelbein hinschreiben. Dann wird das Spiel auch in Deutsch angezeigt. Das Ganze importiert ihr dann in eure Datenbank. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt auch mal ganz schnell. Ihr geht auf eure Datenbank. Die öffnet ihr über php.maatman. Klickt einmal links auf euren Datenbanknamen drauf. Geht dann auf Importieren. Geht dann hier auf Datei auswählen. Und wählt dann die passende Datei aus. Zack und klickt auf OK. Bei mir wird jetzt ein Fehler kommen, weil es schon in der Datenbank drin ist. Bei euch wird es dann grün sein und alles geladen sein. Das haben wir drin. Als nächstes gehen wir dann in die Config rein. Die öffnen wir auch einfach mal wieder mit Notepad++. Und hier können wir als allererstes den Debugging-Modus ein- und ausschalten. Natürlich sollt ihr den auslassen, wenn der Server im Live-Betrieb ist. Wenn ihr irgendwie Bugs habt oder irgendwelche Probleme debuggen, könnt ihr das auf True setzen, wenn ihr das wollt. Als nächstes haben wir hier den Punkt. NPC-Vehicles, True oder False. Ist das Ganze auch False, wenn NPC-Autos von diesem Nagelband nicht die Reifen zerstochen? Habt ihr das auf True, wird das so sein wie gerade bei mir im Video, dass auch NPC-Autos die Reifen kaputt gemacht werden. Als nächstes könnte ich hier das Framework einstellen. Das funktioniert mit QB-Core, ESX und auch Non. In meinem Fall, ich mache ja alles hier für ESX. Schreibt ihr dann hier, wo Non steht, einfach ESX-Punkt rein. Also ohne Punkt. Dann habt ihr als nächstes Required Job to Place. Ist das auf True, kann nur die Jobs, die auch hier unten gleich definiert werden, das Nagelband benutzen. Wenn nicht, wenn ihr das wollt, dass alle Spieler so machen, macht ihr das hier auf False. Als nächstes können wir dann hier Required Job to Remove. Könnt ihr dann auch einstellen, ob man einen Job braucht, um was zu removen, ja oder nein. Sprich, wenn ihr jetzt auf True und False lasst, wie es jetzt hier ist, kann zwar ein Polizist das hinlegen, aber jeder Spieler kann das auch wieder entfernen. Wenn ihr es hier auf True setzt, können auch wieder nur die Jobs, die hier unten definiert sind, das Nagelband entfernen. Müsst ihr dann gucken, wie das für euren Server am besten passt. Dann habt ihr das nächste Menü, es gibt hier auch ein extra Menü, damit geht das nicht so über das Inventar, wie ich das gerade bei mir im Video gezeigt habe, dann drückt ihr eine extra Taste. Könnt ihr auch so einstellen, könnt ihr dann hier einmal einstellen, True oder False. Wenn ihr das wollt, dieses Menü, dann könnt ihr eingeben, ob ihr auch mit Command das benutzt werden könnt. Und hier könnt ihr hinschreiben, was ihr wollt, in diese Anführungszeichen. Und wenn dann ein Polizist oder jemand anders, die an dem Video das vorher einstellt, Slash und dann den Command, den ihr hier einträgt, eingibt, kann ihr das Nagelband hinlegen. Das Ganze gibt es auch mit Menü, da könnt ihr hier die Taste eingeben, aktuell ist F5 drin. Könnt ihr auch eine andere Taste machen, wenn ihr es über ein Menü regeln wollt. Als nächstes kommen wir hier zu den Framework Features. Das funktioniert nur, wenn ihr hier oben ESX oder QB eingegeben habt. Wenn ihr hier Non stehen habt, dann funktioniert das Ganze nicht. Als erstes könnt ihr hier natürlich wieder den Item to Deploy hinschreiben. Das solltet ihr so lassen, weil ihr ändert ja in der Datenbank nicht den Namen des Items oder nur ihr Label, quasi was angezeigt wird. Dementsprechend muss hier den Namen eingetragen werden, nicht das Label, was ja auf Deutsch ist. Dann könnt ihr hinschreiben, Receive, Remove, True oder False. Sprich, wenn ihr das weg macht, ist es weg. Bekommt ihr es wieder ins Inventar zurück. Oder wenn ihr es auf False lässt, dann kriegt ihr das nicht zurück ins Inventar. Dann könnt ihr noch hier hinzufügen, Remove, Drop. Das spricht, wenn ein Polizist das removed, könnt ihr einstellen, ob ihr es bekommen soll oder nicht. Ist es False, kriegen Polizisten das zum Beispiel nicht zurückgemacht. Dann spielt ihr das aber weg, kriegt der Spieler dieses Nagelband. Dann könnt ihr als nächstes einstellen, was für Menü ihr haben wollt. Wird ihr hier auch erklärt, wenn ihr jetzt auf False seid, habt ihr euer ganz normales ESX-Default-Menü oder beziehungsweise so Default, wie ihr das auf euren Server konfiguriert habt. Macht ihr es auf True, sieht so ähnlich aus wie bei GTA. Könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Dann kommen wir jetzt hier wieder zu einem wichtigen Funktion, und zwar zu den Jobs. Wenn ihr vorher definiert habt, dass dieses Item nur einer bestimmten Jobgruppe zur Verfügung habt, müsst ihr hier unten die ganzen Jobs eintragen. Scheinmäßig ist ja Police und Sheriff. Wenn ihr natürlich noch mehr Jobs habt, müsst ihr die alle hinzufügen. Da kopiert ihr euch schon einfach eine Zeile, macht hier einmal Enter und fügt das ein. Ja, das sollte schon untereinander stehen. So, und tagt dann hier den neuen Job ein. Dann mag ich jetzt einfach mal Job123. Oh, jetzt solltet ihr aber auch richtig schreiben. So, Job123, damit ihr natürlich den richtigen Jobnamen aus eurer Datenbank hier eintragen, damit ihr das auch benutzen könnt. So, als nächstes kommen wir hier zu den Strings. Das sind ganz einfach die Übersetzungen. Wollt ihr das ganze Skript auf Deutsch haben, dann übersetzt das einfach hier. Ihr bedenkt aber, dass dieses Input-Kontext, das ist quasi der Key, der dann angezeigt wird, der wird abgefragt, das bitte nicht übersetzen, aber den Rest könnt ihr dann hier übersetzen. Könnt ihr hier Place-Nagelband, könnt ihr hinschreiben, könnt ihr dann Setzen-Nagelband hinschreiben. Oder hier Close-Menü, könnt ihr schließen das Menü. Oder dein Inventar ist voll, du hast keine Nagelbänder bekommen. Je nachdem, wie ihr das hier einstellen. Das könnt ihr dann hier auf Deutsch übersetzen. Das Ganze speichert ihr, ladet es dann auf euren Server hoch, packt es bei euch in den Resource-Folder, geht in eure Server-ZFG, neue Zeile, Start, Leerzeichen und den Namen. Vergesst nicht, die SQL, wie ich gerade eben gezeigt habe, zu importieren. Und damit bedanke ich mich jetzt wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Hier am Ende findet ihr jetzt noch eine Playlist verlinkt mit über 70 Videos rund ums Thema 5M mit ganz vielen verschiedenen Scripts, die ich schon vorgestellt habe. Auch aufwendigere Scripts als diese hier. Schaut da gerne mal vorbei. Den anderen Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt haut da rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.